herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde minecraft minigames mit dem marvin hallo und mir und wir spielen pandora blitz survival voll cool love survival love survival ja eigentlich nicht aber egal so was haben wir hier so an kids würde euch würde ja gerne weiterhin wolf thema zocken ich muss gegenüber von mir genau bist du auch gegenüber also muss ja auch genau hinter dir lang gehen uns auch mal am arm begrüßt und dann auch mal hinten lang ist ja schön so ich habe goldschuhe und holzschwert nichts mehr drin ich will nicht in die schlägerei rein jungs jungs bleibt locker ich komm weg ich bin ja die stelle alle irgendwo zu irgendwelchen kisten hin und aufeinander drauf könnte easy weiterlaufen ich hab noch ein holzschwert für dich wenn du brauchst ja ich brauch auf jeden fall also ich weiß nicht was ich jetzt gleich kriege von naja ich glaub schon mal du holst hier deine kisten wie immer wir können auch mal hier auf sowas wie meinplex spielen ja minigames heißt ja nicht nur ein server ja wir nehmen halt im moment nur blitzweifel auf weil wir gerade Lust auf blitzweifel haben richtig blitzweifel ist halt also es ist nicht so ziemlich das einzige main projekt aber es macht halt den meisten spaß auch mit dem kids system und sowas alles hier ja 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 wie die schaden macht er mit einem schlag ich glaube ich hab dich sogar umgebracht ich hab den schwert gepannt schon ist ja ganz schön wogen geflogen aber du hast mich damit nicht getötet also theoretisch teilweise schon muss ich auch ein bisschen zu über hinschwimmen egal die ganzen rasen nicht kaputt gehen nicht rum ich mach die ganze zeit kaputt ich kann die töne nicht wieder können die töne nicht aufzumachen deine kisten hier bei mir ist gerade irgendwie nur schrott alle da unten bei diesem turm da scheint irgendwie ein krasses battle zu sein ein bisschen zwei aber seht wegen das zu schnee drei waren das anders jetzt tut du wirst zuschauen ist einfach aus ob da 10.000 leute rumgeiern da ist einer mit dem hunde kid scheiße das ist ein team direkt hier von hier weit auf weg nein 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 bleib einfach auf dem baum drauf, deine hunde machen das muckst du? deine hunde kassieren was einfach nicht so viele sind muckst du? muckst du Junge? also neo hat wieviel leben das seh ich nicht hier sind wir selten der andere hinterdiagogen auf dem baum drauf glaubt er das? ah fuck ich bin tot glaub deine hunde sind alle tot ja ich bin auch tot sind vielleicht gerade weil die leute jetzt davon getötet die guten alten zeiten wo wir noch irgendwie eine runde immer hochladen konnten so noch ägypten das war halt noch gut jawohl so neos trinkenpausen neos trinkenpausen meine trinkenpausen auch wir gehen jetzt das war so ein cake man der ist so zur öfte blau und der obere teils dann dieser kuchen das ist cake man cake job man cake das klemm Min sieht aus wie Canon nicht ____ kann sie aus wie ein wolf NA bin ein RUG Alter ein RUG ein RUG ployer einer Also, Astronaut war zwar schön, aber ich konnte es nicht wirklich nutzen, das war schade, weil gleich einer von hinten kam. Ich würde gerne eins von den unteren ausprobieren, aber ich habe keinen Bock mehr jetzt extra. Die HP Plus-Zone, dann kommt man sich hoch. Euer Steinschwert, Alter. Ich habe überhaupt nichts. Was für eine XP-Bottle? I hope. Where you go, I'll go. Spring gleich bis zu den hinteren Zimmern durch. Marvin, hinter dir ist eine. Aber ich glaube, der hört jetzt ab. Ich gehe ganz schnell nach hinten, okay? Ich mache das, ich habe ein Steinschwert. Alles hat einen Hund hingesetzt, ne? Der muss aufstehen. Bro, die ist nichts mit Pause hier. Bro, die ist nichts. Pause. Wir brauchen noch was. Gehen wir raus, Neo? Mal machen. Mir gibt's gleich mal was richtig geiles zu essen. So ein Mini-Balk noch was. Das war wie eine Schnitzel gibt's hier gleich. Boah, hab ich richtig Bock drauf. Marvin, hier kann man nach oben. Ah, ey. Zack, hier haben wir auch ne Chest. Gehen wir jetzt noch weiter nach oben. Diese Leiter auch noch weiter nach oben. Hier geht's hoch. Wow, also hier oben in der Chest war auf jeden Fall das Mördermäßigste Geschenk ever drin. Geh lohnt hochzukommen. Ah, irgendwo da unten waren welche. Hier, hier vorne ist einer, Neo, Neo, Neo. Kills dealen. Ja, nee. Halt diese Block schlagen, Team. Ich glaub, du hast die Items, du hast alle Items bekommen, oder? Nee, ich hab eins, die Schuhe. Hä? Also, ich hab jetzt alle Items daraus genommen und hab's nicht geschafft. Nur hat sie nicht. Da vorne ist einer. Ich weiß, ob's war ein Team, oder so. Nee, einer. Sprint jetzt zur Mitte. Sprint jetzt zur Mitte, der Typ. Wer denn mit meinem Steinschwert mit der Kraft von Vegito ist auf jeden Fall schaffen? Da vorne ist ein Horst, Typ. Alter, wie viel hier rumgammeln. Lass mal einmischen, Marvin. Lass mal wegrennen, Marvin. Ja, komm, Team. Nicht mehr zu, ne, Typen. Warte, ich auch. So, dann war, glaub ich, warte, ich push dich. Oh, einer P. Warte, ich push dich. Oh. Oh, sorry. Nein, bitte, ich deine Hunde. Jetzt, nein. Nein, nicht deine Hunde. Bleib dir ruhig. Bleib dir ruhig. Bitte, bitte, lass mich in Ruhe. Bitte, bitte. Wo bist du hin, Marvin? Ich bin in das Haus hier oben drauf. Nee, hinter dir. Was? Ich hab die doch schon links gesehen. Geil, da kommt wieder so ein geiles Auto, was ja saulaut sein muss. Leo? Ja? Warte, warte, hast du es hier? Warte, warte, ich hab dir gleich was schenkt. Mein Schwein rennt in den Kaktus und ist gestorben. Hier liegt sein Fleisch. Geil. Bei dir obwohl hier auch ein Crafting-Table? Ja. Ja. Leo, ich hab ein geiles Geschenk gleich für dich. Leo? Ja? Leo, komm zurück. Ja, alles cool, alles cool. Ich hab dir einen Manschment für dich gecraftet. Den Typ, den wir getötet haben, das ist zwei Dia's. Ich hab's nix gehabt. Lol. Bitteschön. Gut, das muss ich nur noch... Die Eisleib für dich, Eisenschuhe. Diabogen. Hast du einen Lederbrusthanisch oder so? Nee, Brusthanisch habe ich gerade gar nicht. Warte. Kommt gerade so an, hier passt doch nicht aus. Man hat so was Sachen geschmeißen. Ja. 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 Ich hab nur ein Eis mit noch einem Eis, kann ich ein Eisenschwert machen. Blitz da heißt... Hast du ein Level für Verzaubern? Nee. Man stellt sich mit deinem Best mit, weil dann verzauber ich für dich gleich. Ich hab vier Levels. Warte mal kurz. Wollen wir noch Items? Der Alex Großhalsch mit drin nehmen. Der, der, der hier vorne. Zweier Team. Die haben den Blitz da. Wer oder was haut mich da bitte? Hast du den? Wieso reckt der sich so schnell? Äh, reckt Trank wahrscheinlich, reckt Trank. Alter, der hat überkrassen Live-Rack. Dreizehn, fünfzehn, siebzehn, neunzehn. Er hat, er hat Regenerationstrank wahrscheinlich getrunken, ne? Ja gut, dann hau ich einfach ab von dem. Ne, hinter mir kommt der andere da auch Regenerationstrank. Er kommt jetzt gleich wieder, Neo. Er kommt gleich wieder. Marvin, zuerst hier hinten in den einen. Ist auch schlechter equipped. Bist du da, Marvin? Äh, komm, wir kesseln den einen. Du musst auf jeden Fall den einen kesseln, Neo. Hinter uns kommt sein Kumpel. Neo, wir haben keine Chance mehr. Warum? Hinter uns kommen zwei andere. Und der eine, und der eine wird selbst verfolgt, oder? Ja. Wenn er den gleichen Fehler macht, dann hab ich den. Wenn er gleich einen Fehler macht, hab ich den jetzt. Ich hab ihn. Kannst du euch den anderen holen? Nein. Nein. Bitte. Fuck, jetzt erfolgt er nicht. Mein Gott, jetzt kommt ein anderer Kollege und stirbt auch noch fast und rennt wieder weg. Jetzt ist nicht der andere Kollege. Der andere Kollege verfolgt mich gerade. Ja, jetzt hab ich aber den einen, so. Neo, der andere, der kriegt mich gleich wahrscheinlich. Kein Problem. Oh, oh, der Bett liegt mit Pfeilen ab. Danke. Oh, dann hat er den richtig schön. Deinen anderen hab ich auch. Wie viele Tränke haben die denn? Neo, ich versuch jetzt wieder zum Spawn zu kommen. Wir treffen uns dann da. Und ich bin nicht wirklich in der Nähe davon. Ich bin unterwegs. Ja. Was ist da hin? Da drüben ist jetzt auf jeden Fall Essen gekommen, merk ich gerade. Neo, ich bin ein Stück rechts von dir. Ja. Mit der anderen abgehängt, der ist irgendwie weg oder so, weiß ich nicht. Das geht gleich los, den Abfahrt kann ich mehr verzaubern. Egal, das brauchen wir nicht. Der Typ, der hat verzauberte Sachen. Guck ihn dir an, wo ist er? Da. Egal. Ich glaube, ich hab meine eigenen Hunde umgebracht. Ja gut, Mario, dann geht weiter. Ja. Nein. Ja. Nein, was war das denn? Ich konnte dich nicht mehr hauen. Ja, mir bist du irgendwie in den Tag geleckt, ein bisschen. Deswegen, es war ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall war ein gutes Game trotzdem. Ich wurde irgendwie um 360 Grad gedreht. Wir werden jetzt hier die Aufnahme, haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.